Freunde, was für ein Jahr bisher. Es ist echt alles anders. Es gab den Lockdown, Veranstaltungen wurden reihenweise abgesagt, Bars und Clubs sind zu. Doch irgendwie haben wir alle am Ende überlebt. Jeder hat irgendwie seine Möglichkeiten gefunden, diese Zeit für sich zu meistern, denn wir mussten schließlich alle dadurch. Wir mussten erstmals Beschäftigung alleine für uns finden. Obwohl alleine nicht ganz. Im digitalen Zeitalter, Leute, muss man nie allein sein. Man kann online mit jedem kommunizieren, zusammen Videospiele spielen, zusammen Interessen verfolgen und coolen Stuff machen. So habe ich auch meine Zeit totgeschlagen, Leute. Ich habe online mit meinen Freunden und Kollegen kommunizieren können und habe noch viel anderen Stuff nebenbei gemacht, habe mich mehr auf meine Arbeit konzentriert und viel Zeit für mich gefunden. Aber dank dieser Sache, dass das möglich ist, freut es mich auch riesig, dass dieses Jahr die Gamescom trotzdem stattfinden wird. Und zwar in digitaler Form. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird und vor allem entspannt vor dem Computer, vielleicht mit Freunden oder so, kann es echt ein anderes Erlebnis werden. Sich über diese Zeit zu beklagen, bringt uns allen überhaupt gar nichts. Man muss einfach zusammen stark sein, man muss zusammen Lösungen finden und dann kann man das bestmöglich meistern, Leute. Und so ist es auch dieses Jahr mit der Gamescom. Es wurde eine Lösung gefunden und ich freue mich drauf. Wir sehen uns.